Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wie in der katholischen Kirche. Entschuldigung. Entschuldigung, der hat sich eine Ewigkeit aufgebaut. Entschuldigung. Tut mir echt leid. Tut mir wirklich furchtbar leid. Entschuldigung, das war's. Mann, pass auf, Boba Fett ist direkt hinter dir. Gut, wenn ich das Signal gebe, schnappen wir ihn. Was? Was ist passiert? Ist abgestürzt. Hä? Abgestürzt. In die Grube. Ah, gut. Ja. Hey, warte, was machst du da? Ich dachte, du bist blind. Bin ich auch. Aber das ist okay. Ja, aber das ist okay. Halt einfach durch. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Erwischt. Hallo? Okay, ich fliege jetzt das Dagobah-System an. Du musst lauter sprechen. Ich fliege das Dagobah-System an. Ich, ich hör dich immer noch nicht. Ich sagte, ich fliege das. Hier ist nur der AB reingefallen. Sie haben Han Solo erreicht. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Boeing. Ist noch was von den Kartoffelchips da? Nein, die sind alle. Oh. So, jetzt kriegt sie keiner von uns. Da will nur noch eins. Und es tut mir schrecklich leid, aber euer Zimmer ist nicht vor vier Uhr fertig. Also, ihr könnt unser Business-Center nutzen oder den Pool genießen. Hört auf! Schluss damit! Nein, hör auf! Schluss damit! Ich hab auch ein Recht auf Entspannung. Luke. Ich sitze neben dir. Da ist noch ein Skywalker. Okay, und Tschüss. Bitte nicht, Yoda! Nein! Ist er der Geschenkeversand? Ich hätt gern das wandgroße Kreuzwort-Rätsel. Selbstverständlich hab ich ne Kreditkarte. Der Name ist Yoda... ...Buselmuckel? Ich kann nicht glauben, dass Yoda tot ist. Yoda wird immer um dich sein, Luke. Geist! 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 Oh ja. Geist! Geist! Untertitelung des ZDF, 2020